Ein Lehrer hat mir mal gesagt, ich wäre eine Meisterin darin, mich neu zu erfinden. Es ist, als hätte man ein Geheimnis. Und niemand außer mir weiß, was ich mache. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen, vom Zug aus. Sie war, sie war da mit diesem Mann. Noch eine Sekunde lang. Ist sie das? Können Sie mir sagen, wo Sie Freitagabend waren? Ich war in der Stadt und dann habe ich meinen Mann besucht. Sie meinen Ihren Ex-Mann? Wenn ich es richtig verstehe, war die Frau, die verschwunden ist, seine Nanny. Rachel, du musst dich von mir fernhalten. Und? Was haben Sie getan zur fraglichen Zeit? Ich kann mich nicht erinnern. Ein Teil fehlt einfach. Was ist in der Nacht in dem Tunnel passiert? Sag mir die Wahrheit. Sie wurden in der Nacht dort gesehen. Haben Sie Megan Hipwell ermordet? Nein. Ich bin nicht mehr die, die ich mal war. Warum sind Sie hier? Weil ich vor mir selbst Angst habe. Ich bin nicht mehr die, die ich mal war. Ich bin nicht mehr die, die ich oft hast. Ich bin nicht mehr die, die ich konnte nervös. Das war er.